Israel und die palästinensische Autonomiebehörde wollen wirtschaftlich wieder zusammenarbeiten. Dem israelischen Finanzminister zufolge soll die Wirtschaftskooperation beiden Seiten Nutzen bringen. Bei künftigen Gesprächen soll es um gemeinsame Investitionen und engere Beziehungen gehen. Dazu zählen Erleichterungen beim Grenzübergang zwischen Israel und den Palästinensergebieten, Treibstofflieferungen sowie Strom- und Wasserversorgung der Palästinenser und ihre medizinische Versorgung in israelischen Krankenhäusern.